So, und da sind wir wieder zurück bei Minecraft. Diesmal aber wirklich alleine, ohne unseren bezaubernden Anhang. Der hat uns hier verlassen. Einfach mitten in der Wüste stehen lassen, kann man sagen. Ja, sind wir wieder ganz alleine. Was ich aber mal gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich habe natürlich noch ein paar Motze installiert, wie immer. Und zwar habe ich mir jetzt, ich habe mich durchgerungen. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen. Ich habe mir jetzt noch, ähm... Moment, da haben wir sie. Reis Minimap habe ich mir auch noch mal installiert. Was soll es? Ich habe es aber so gemacht, dass ich die auch ausblenden kann auf Wunsch. Und, ähm, dass ich mir hier halt einfach mal lustige Waypoints setzen kann. Pipapo, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Äh, ich muss mich dran gewöhnen. C ist Set Waypoint. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das Ding hier nennen soll. Das ist ja das Dorf, wo wir Kartoffeln und Karotten geklaut haben, quasi. Ich nenne es einfach mal das Wüstendorf. Ich glaube, das mache ich mal. Und dann mache ich hier mal den Mittelpunkt. So. Zack. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Waypoint name, äh... Wüstendorf. Nenne ich einfach mal Wüstendorf. Zack. Und dann können wir da jederzeit wieder hinfinden. Hier sehen wir auf der Minimap oben rechts, sehen wir diesen grünen Klumpen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hin weiterlaufe, ich laufe mal in Richtung, was der Kompass mir sagt, so Richtung nach Hause. La-la-la-la-la-la-la-la. Dann entfernen wir uns jetzt langsam. Dann finden wir auch die Höhle wieder und so weiter, die da hinten ist. Die war schon ziemlich geil. Die würde ich echt gerne später nochmal erforschen und vielleicht hier noch was bei dem Dörflein bauen oder mal gucken. Diese Forschungsstation, was auch immer. Ich weiß es noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie wieder nach Hause kommen. Das wird nicht leicht fürchtig, weil wir hier durch den Dschungel zurück müssen. Jetzt fehlt mir das... ...Gequatsche nebenbei ja doch ein bisschen. Ne, wo man dann einfach mal so Hallo gesagt hat. Jetzt siehst du aber rechts oben an der Minimap, siehst du den Pfeil da quasi. Der zeigt uns an, dass sich da irgendwas befinden muss in der Richtung. Das heißt, huch, wir werden da wieder hinfinden. Teleport dahin geht nicht mit der aktuellen Version. Dann schauen wir mal, ob da später noch was kommt. Aber Hauptsache, wir finden zurück. Das ist schon mal viel wert. Das gleiche müssen wir noch mit der Mörderhöhle machen und, 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 und. Alter, wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Hier ist alles nur mit Bergen. Ja, ich glaube, das hier wird auf jeden Fall der richtige Weg sein. Scheiße. Hilfe! Hilfe! Alter, ich komm da gar nicht dran vorbei. Pass mal auf, ich mach das mal so. Aua. Ich mach das mal so. Ich lauf jetzt mal außenrum und ich blende gleich erst mal... Sieht schon geil aus da hinten. Boah, würde ich am liebsten gleich bleiben. Ich blende die Karte jetzt mal wieder aus und dann... ...folge ich mal dem Kompass, damit wir Hauptsache endlich mal die Erntemaschine jetzt... ...fertig stellen können, bis wir's überhaupt mal anfangen können. Hab dazu mal in der Kopie, 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 hab ich da mal ein bisschen rumprobiert. Weiß noch nicht genau, wie ich's machen werde. Vor allen Dingen weiß ich noch nicht genau, wie ich das alles verdrahten werde. Da bin ich ja momentan noch ein bisschen ratlos. Aber da kriegen wir schon was hin. Und apropos hin, der Map-Generator ist natürlich wieder ein Geschenk heute. So, Hauptsache wir kommen jetzt... Aua. Einigermaßen nach Hause. Und dann geht's endlich weiter. Das haben wir irgendwie die ganze Zeit nur verquatscht irgendwie. Zwei Folgen lang nur verquatscht davor. Wobei, da haben wir ja auch gesucht ohne Ende, aber dann... Scheiße. Aber dafür haben wir dann ja endlich auch... ...der begehrten Rohstoffe. Oh, wie sehr sie Liebe. Kartoffeln und Möhrchen. Scheiße. Und Scheiße. Alter, wie soll ich denn jetzt... So, ich versuch's mal über die Bäume. Wie soll ich bloß nach Hause kommen? Ich habe meine Stiefel nicht mit. So. Hier kommen wir... Alter, das mit dem Map-Generator ist natürlich auch ein bisschen doof. Ich glaube, es liegt mitunter auch an den Texturen. Ich könnte die grad mal... ...für die Heimreise ausschalten. Will ich aber grad gar nicht. Mit anderen Texturen-Packs lädt das wesentlich schneller. Das scheint hier wirklich ein Problem zu sein. Obwohl ich Minecraft wirklich schon viel Speise... ...Speiser... Speisereis. Habe ich schon viel Speisereis eingeräumt. Viel Speichereis. Aber offenbar... Minecraft ist ja auch so unglaublich ressourcenhungrig. So. Und wir befinden uns jetzt auf dem Nachhauseweg. Endlich. Geht's wieder zurück. Hier quer durch. Zehn Milliarden-Dschungel. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich glaube, ich mach das so. Ich weiß nicht genau, wie lange wir jetzt nach Hause brauchen. Aber ich glaube, daraus mach ich dann jetzt eine Folge. Wenn's länger wird als 20 Minuten, dann mach ich daraus eine Folge. Damit sich das nicht allzu... Damit sich das nicht allzu lange hinzieht, alles. Und wenn's weniger als 20 Minuten braucht, dann natürlich auch. Also wenn mal fünf Minuten da sind... Ah ne, fünf Minuten sind schon oben. Wenn mal sieben Minuten da sind, mach ich natürlich eine Folge draus. Ist doch klar. Das sieht ja aus wie Space Invaders. Ähm... Eine Ruine? Mein Leben ist ruiniert. Alter, ich bin noch nicht bekloppt. Ah! Scheiße. Ach, die Tripwires. Das leckt mich am Arsch, ey. Ich will doch nach Hause. Ich seh doch da... Da ist die Tripwire. Auf Redstown drauflatschen dürfte ja nicht so das Problem sein. So. Rottenflash.com So, komm. Die Seeds lass ich mal hier. Gold in Girt. Nehme ich mal mit. Gold, Ingo. Keine Gespräche mehr über Ingo. Das ist natürlich ein bisschen traurig. So, ich geh mal hier rüber. Huch, wollte ich gar nicht. Ja, ja. Schieß doch. Können wir eigentlich mal mitnehmen. Die Tripwires hier, ne? Können wir vielleicht noch verbraten. Was lass ich denn dafür mal hier? 14 Blümchen. Pass auf. Das gleiche machen wir da auch nochmal. So. So. So, die Schnüre. Ja gut. Davon haben wir jetzt ja noch genug eigentlich. Den Redstone könnten wir eigentlich auch mitnehmen hier. Äh, sieben Äpfel. Puh. Dirt würde ich gerne. Ah, das ist Holz. Komm, Cobblestone haben wir ja nun wirklich mehr als genug. Mach das einfach so. Nehme ich einfach mal mit. Die Mossstones könnten wir auch super mitnehmen. Mach ich ja sonst auch immer. Allerdings. Die Hebel probieren wir lieber später aus. Wenn ich nicht so viel kritisches Zeug mit dabei habe. Aber dafür können wir jetzt ja sagen. Waypoint nehmen. Sagen wir mal. Eine alte Ruine. So, wupp. Und theoretisch kann man sich das jetzt noch anzeigen lassen. Pass mal auf. Das habe ich jetzt im Moment dann ausgeschaltet. Äh, wo war das? Das war es nicht. Marker Options. Hier, zack. Enabled. Da sieht man schon eine alte Ruine. Sieht man auch genau, wie weit man entfernt ist und so weiter. Kann man sich dann quasi, wenn ich irgendwo anders bin, kann ich mir das von da auch anzeigen lassen. Dann können wir diese alte Ruine später nochmal erforschen. Und ich glaube, genau das werden wir auch tun. Dann müssen wir nicht einfach dauernd wieder danach suchen. Weißt du? So, ne? Hier eine alte Ruine. Da hinten ist das Wüstendorf in 500 Metern. Ich habe es genau aus dem Grund habe ich es ausgeschaltet, weil man sonst irgendwann über diese Textmarker drin rumfliegen hat. Ich weiß nicht genau. Ich habe noch nicht ausgetestet, wie weit die Dinger genau halten. Ob man dann sagen kann, hey, nach 100 Metern bitte ausblenden. Das wäre natürlich schön. Momentan, ich probiere es mal mit dem Nachhauseweg und mal gucken, ob die dann immer noch ersichtlich sind. Jetzt hätte ich ja zu gerne diese drei Hebel gezogen, verdammt. Aber das ist mir ein bisschen zu riskant. Und die Trash Hasmani ist ja jetzt nicht mehr da, sonst hätte ich die vorschicken können. Hätte ich dann natürlich nichts davon gesagt. Und dann wäre sie einfach... Äh... Ne, ich meine, sie wollte doch Gerichtsmedizinerin werden. Da hätte sie ja schon mal an sich selbst rumtesten können. Mit den Hebeln. Das meine ich im Guten. Quasi. Hätte sie ja auch selbst gemacht. Aber die Kartoffeln und Möhrchen, da muss man schon mal, äh... Prioritäten setzen. So, wenn man... Also linke Hand Kartoffeln, rechte Hand Gerichtsmedizinerin. Da muss man schon mal was sagen können. Kriege ich bestimmt fett Schläge, wenn sie die Folge guckt. Aber zum Glück guckt sie sich ja das Minecraft-Let's Play gar nicht an. So. Ah ja, Wüstendorf, eine alte Ruine. Ist alles noch da? Hier ist auch schön, Alter. Die Gegenden hier sind so schön. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe. Da möchte ich am liebsten echt in die Ferne schweifen irgendwo. Also wenn das mit diesen Waypoint-Teleports funktioniert, ne? Wenn diese, mit diesen Waypoint... Wenn da noch Teleports hinzukommen, ich glaube, dann werde ich echt mal so in die Ferne schweifen. Und dann bauen wir uns da mal was janz anderes. Äh... Also ein Haus zum Beispiel. Mit Dingen drin, wie zum Beispiel ne Küche und Schlafzimmer. Also einfach mal was ganz anderes als sonst. Ich würde ja gerne... Oh cool. Hier könnte ich zum Beispiel noch ne Schlucht markieren. Ich trau den Hühnchen nicht. Wenn ich nach Schlucht stehe, trau ich diesen Hühnchen keinen Meter über den Weg. Das ist so ein Ding, das habe ich mir nach Jahren auch noch beibehalten. Hm... Du mich auch. Alter, so regungslos, wie das da verharrt. Ich würde gerne runtergucken. Back, back, back. Pfff. Okay, die markiere ich jetzt aber nicht, weil wir müssen ja nicht alles markieren. Obwohl das hier echt sehr cool ist. Auch da hinten mit dem Schnee. Ach, schön einfach. Wenn man längere Zeit Minecraft spielt, ist es ja so. Dass man so ein bisschen auch in diesen Gewohnheitstrott verfällt. Ne, man guckt sich so Gegend an und denkt sich... Oder denkt sich gar nichts mehr dabei. Das ist so wie so eine alte Ehe. Man wacht nebeneinander auf. Steht auf und geht kacken. Ne, aber in Wahrheit geht es ja dann darum, das frisch zu halten. Und das ist wie bei Minecraft eigentlich auch. Eigentlich ein blöder Vergleich, ich weiß. Aber ist ja so, dass man dann... Diese, diese, dieses... Ich weiß nicht, dieses Empfinden für bestimmte Landstriche, dass man das wieder gewinnt. Dass man so... Schon wieder sieht, was man da bauen könnte. Statt einfach nur irgendwo rumzulaufen und zu sagen, ach jo. Ne, dass man einfach sagt, ach Mensch, guck mal hier. Und das ist ja so schön. Ich glaube, das liegt aber auch mit jetzt am neuen Texturenpack, also hier am Herbstpack, dass man so ein bisschen wieder was anderes drin hat und sich denkt, ach guck mal hier, ach guck mal da. Die schnaubenden Kühe. Es war übrigens doch ein Portalgeräusch. Es waren nicht die Kühe. Es wurde gemeint, ähm, dass die Geräusche, die wir gehört haben auf der Reise aus unter der Erde, dass das wohl Kühe gewesen sind. Es waren aber tatsächlich die Portalgeräusche. Und es war ja auch da das Portal. Man hat es ja gesehen. Schade, schade, dass die Erkundungstour schon vorbei ist. Hat echt Spaß gemacht, muss ich ja sagen. Würde ich auch gerne öfter mal machen. Einfach mal loslaufen und so ein bisschen wieder die Gegend erkunden und ein bisschen so gucken, was gibt es hier, was gibt es da. Vielleicht auch wirklich mal ein bisschen auf Ruinenforschung gehen und so weiter und so fort. So ein bisschen Indiana Jones mäßig. So, hupser. Alter, wo, wo fizzle ich mich hier eigentlich hin? Alter, jetzt klettert er mal da hoch. Alter, jetzt mal hier, einfach mal den hier. Ich weiß überhaupt nicht. Wie soll ich denn hier über die eigene Nordwand kommen, verdammte Kacke? Wieso haben diese Dschungler auch immer so eine Berge dabei? Tolle Idee. Tolle Idee. Alter, ich spring da jetzt nicht runter. Wenn ich da einen Pixel daneben aufkomme, macht es und dann war es das mit unseren, mit unserem Aua, Erntedankfest. Toll. Wirklich toll. Also richtig Indiana Jones mäßig bin ich unterwegs, muss man sagen. Und ich höre eine Fleddermaus. Das mit den Fledermäusen finde ich extrem cool. Da freue ich mich echt auf die nächste Hüllentour. Die tun einem ja nichts. Ich glaube, die sind erstmal brav, bis man die selber umhaut. So. Aber es würde mich nicht wundern, wenn dann noch vampirische Fledermäuse dazukommen oder sowas. Würde mich überhaupt nicht wundern. Okay, wir sind jetzt bei 14 Minuten, sind immer noch nicht zu Hause. Alter, wir sind ganz schön weit gelaufen auch. Wie schnell die Zeit vergangen ist. In den zwei Stunden. So, Schnauzehuhn. Und ich lief durch den verschneiten Fichtenwald. Mir war kalt. Und meine dichtversehrten Hände schlotterten in den Mandeltaschen. Wie eine alte Bifi im Wind. So, wir sind ja immer noch auf Peaceful gerade. Ich weiß, einige nervt das ein bisschen. Aber mir ging es darum, dass ich im Baumodus erstmal die Felder fertig kriege. Danach können wir gerne die Monster wieder anmachen. Momentan sind wir ja eigentlich im Baumodus. Und die kleine Reise dient ja eher dazu, neue Nahrungsmittel zu beschaffen. Und hier ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass ich meine Spitzhacke nicht dabei habe. Die Enchantete. Achso, habe ich mir auch eine neue Mod installiert, wegen Enchantments und sowas, dass man sich die jetzt selber aussuchen kann. Weil, wenn wir da lieber der Level 30 sind, dann würde ich doch gerne meine Lucky Pickaxe haben und würde dann nicht irgendwie so... Oder meine Fortune Pickaxe, so rum. Würde dann nicht gerne irgendwie 50 Jahre wieder rum existieren müssen, bis wir dann endlich mal die richtige Spitzhacke kriegen. Den Luxus habe ich mir einfach mal erlaubt. Einfach, weil es ein Let's Play ist und wir hier halt auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Also für jede Folge und sowas. Da kann ich nicht mehr hingehen und irgendwie... 50 Folgen lang warten, bis was passiert. So wie sonst immer. Ach, guck mal. Tiefkühltruhe. Ne, doch nicht. Sah aus wie ein Huhn von weit hinten. Ich dachte, das wäre so ein McChicken auf Eis. Die nächste Wüste, der nächste Brunnen. Ich gehe bei Brunnen immer gerne gucken, ob da irgendwas in der Nähe ist. Bis jetzt hatte ich noch nie Glück. So, was passiert eigentlich? Mal so rein... ...geckig gefragt. Das war jetzt aber nicht so imposant. Naja, geht. War jetzt auch kein Highlight, aber... ...kann man anbieten. Und ich bin gespannt, wann wir unsere heimatlichen Gefilde wiedersehen. Drei Jahre und drei Tage lief er. Und lief und lief. Bis seine Füße zu stumpfen wurden. Ein fernes Eiland. Warum heißt das eigentlich Eiland? Als hätte irgendwer die Inseln aus dem Arsch gedrückt. Sehr merkwürdig. Ich mag mein Eiland hart gekocht. Es gibt der Eiland, es gibt aber auch den Heiland. Komisch eigentlich. Warum heißt das eigentlich der Heiland? Ich überlege gerade, was man davon ableiten könnte. Huch. Uah. Fällt mir aber nur Heil ein. Heiland. Oh, das ist ja auch blöd. Der Heiländer. Kommt ja aus den Hochlanden. Also ich quatsche hier nur gerade ein bisschen mit mir selbst. So. Ähm. Hüah! Alter. Weniger quatschen, mehr schauen. Wo du bist, Junge. Warte, ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Und ich glaube, der Kompass verarscht uns hier mit dem Spawnpoint. Da ist ein Alpha-Baum. Da steht ein Alpha- Ich glaub, das ist ein Alpha-Baum. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch nur ein Herbstbaum sein. Ich bin mir momentan absolut verunsichert. Aber ich gebe mich der Hoffnung hin, dass das Alpha-Bäume sind da hinten. Dann müssten wir bald schon in der Nähe sein. Hier breitet sich das Eis noch weiter aus. Ist das... Doch, das ist ein Alpha-Baum. Cool. Aber wo sind wir hier? Warte, wir müssen ja schon mal hier gewesen sein, wenn hier schon Alpha-Bäume sind. Äh, wenn hier noch Alpha-Bäume sind, müssen wir schon mal hier gewesen sein. Irgendwann vor Urzeiten. Und damals gab's ja bestimmt noch kein Eis. Kein Schnee. Ich glaube, wir kommen jetzt... Hinter diesem Hügel kommen wir langsam in Richtung Strandhaus. Vielleicht Andreas Elzholz Gedächtnis-Strand? Ja, siehste. Ich wusste, wo wir sind. Auch im Herbst unseres Lebens wollen wir deiner gedenken, Andreas Elzholz. Ein Leuchtfeuer für kommende Generationen. Gepriesen sei dein Name, der große Elzholz. So. Das lasse ich mir nicht nehmen. Oh, wir sind endlich wieder zurück. Wir sind zurück, wir sind zurück. Und wir haben es in dieser Folge noch geschafft. Unfassbar. So, ich laufe jetzt noch bis zu den Feldern und dann mache ich Folgenende. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das beim Schneiden selber... Ey, die Alte, ne? Die hat auch einen Schuss. Das sehe ich doch sofort, von wem das ist. Deswegen hat die immer Schnee gesammelt. So war es aber auch. Ist die Schneezone irgendwie weiter eingedrungen hier? Kann das sein? Ging ja Schnee bis da vorne? Ich weiß es gar nicht mehr. So, eine Sache, die wir auf jeden Fall gleich mal machen werden. Das ist mir natürlich erst mal ein Grundbedürfnis. Das Wichtigste machen wir zuerst. Komm, das machen wir noch in dieser Folge. Jetzt sind wir die ganze Zeit nur wieder rumgelatscht. Deswegen machen wir das noch in dieser Folge. La 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 la. La 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 la. Ach, zu Hause. Ich bin mal gespannt. Die Trashersmani wollte ja das Dach machen, fällt mir gerade ein. Darauf nageln wir es aber noch fest, ne? Hier, geht mal bei ihr auf den Channel oder bei ihr auf die Videos und sagt ihr mal, sie soll das Dach machen. Das wäre super. Das muss sie unbedingt machen. Hat sie auch versprochen. Auch in die Hand rein hat sie das versprochen. Sie wollte da so ein viktorianisches Spitzdach drauf bauen. Hat sie mir noch gesagt. Das wäre ihr ganzer Stolz dann. Hat sie, hat sie, meint sie es dann so. Und da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Auf so ein viktorianisches Spitzdach. Das wird bestimmt richtig schön. Da hat sie bestimmt so ein weibliches Händchen für einfach. So, gucke mal. Okwut. Legen wir es mal rein. Ähm. Und hier würde ich sagen, Fishing Rods. Ich hoffe, das geht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt einfach so damit geht. Mit so einer kaputten auch. Ne, geht nicht. Brauche ich eine neue. Fishing Rods. Okay, Fishing Rods wieder hier rein. Ähm. Wie war denn das nochmal? Ich habe keine Stickys. Natürlich nicht. Und ich kann diese Oakwood Planks hier überhaupt gar nicht erkennen. So. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Das war der Bogen hier. Äh. Angel. Schnürer mal genau drei dabei. Äh. Wie war denn das nochmal? So. Ich glaube, ich mache mal den gleichen Fehler. Ne, doch nicht. Ich mache mal den gleichen Fehler, dass ich das gleich richtig mache. So. Und wir haben Carrot on a Stick. Eine Karottenangel hält man normal aber sehr Eseln vor. Kennst der, ne? Hier so, ähm. Das ist natürlich jetzt blöd da hinten. Ich mache das jetzt mal aus. Äh. Äh. Marker Options. Äh. Disabled. So. Und mit der wunderschönen Angel. Die sieht natürlich sehr gut aus. Unten rechts ein bisschen pixelig. Aber alles halb so wild. Wir suchen uns jetzt erstmal. Hallo Schweini. Alter, wie die alle kommen. Hey. Ich wollte das gar nicht schlagen. Ich, ich, ich. Ich will das reiten. Ach, dazu brauche ich den Sattel natürlich wahrscheinlich noch. Ach, da brauche ich bestimmt Schweine, Sattel und die. Das habe ich jetzt natürlich nicht richtig gelesen. Wie immer. Und die Schweinesattel. Moment, die holen wir uns auch nochmal gleich eins. Ich weiß ja, wo wir die haben. Lala. Ein Sturm zieht auf. So. Hatten wir die nicht hier hinten irgendwo? Alter, ich habe so ein phänomenales Gedächtnis. Viktorianisches Spitzdach wird super. Freue ich mich echt schon drauf. So. Das will ich nicht. Da liegt noch eine alte Schnur rum. Spinnenkacke sozusagen. Haben wir schon festgestellt. Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Schweinchen. So, komm mal raus da. Alter Schwein. Komm mal, ey. Ja, komm mal her. Jetzt meldet sich hier gerade irgend so ein Programm aus der Taskbar. Geht das wieder zu? Warte mal kurz. Ja, geht wieder zu. So. Äh, ist natürlich sehr ungewohnt. Ist schon cool. Irgendwie. Galoppel, 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 galoppel. Das sieht aus, als würde ich da unten auf dem... Na ja. Reite, Schwein. Ich reite dich ein. Schwein sei mein. Ich bin nie wieder allein. Reite, mein Schwein. Ich reite mein Schwein. Schweine reiten. Ich will Schweine reiten. Nie wieder diesen Weg beschweren. Schweine reiten. Oh Gott. Yeah. Kann ich ja auch einen Kickstarter machen, so einen Hochstarter hier. Brrrrrrrr. Brrrrrr. 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 So. Ich will hier wieder runter. Na gut, lass mal das Schweinchen mal. Ach guck mal, die Karotte ist schon halb weggefressen. Krass, wusste ich gar nicht, dass sie sich verbrauchen. Schweine reiten. Ich will... Schweine reiten. Ich will Schweine reiten. Schweine reiten. Ich will wieder diese Welt beschreiten. So. Komm wieder zum Eingemachten und dazu brauche ich... Konzentration. Ich will. Ich will wieder...